Der Showdown in der Volleyball-Bundesliga der Frauen geht in Runde 3. Im Traumfinale stehen sich am Sonntag Allianz MTV Stuttgart und SSC Palmberg Schwerin zu Spiel 3 in der Finalserie gegenüber. Und Sport 1 begleitet die Partie live im Free-TV-Volleyball-Bundesliga-Allianz MTV Stuttgart gegen SSC Palmberg Schwerin ab 17 Uhr live im Free-TV auf Sport 1 und im TV-Livestream Schwerin gleich zu Hause ausschweren war am Mittwoch der Ausgleich gelungen. Der Titelverteidiger setzte sich im zweiten Spiel der Best-of-Five-Serie gegen Hauptrunden-Sieger Stuttgart mit 3 zu 1, 25 zu 17, 18 Uhr 25, 25 zu 14, 26 zu 24 durch und schaffte damit das 1 zu 1. Bildergalerie Volleyball-Playoffs, das Power-Ranking mit Berlin, Friedrichshafen, Schwerin, Stuttgart 33, Bilderspiel 1 hatten die Schwerinerinnen in Stuttgart 1 zu 3 verloren. Beide Mannschaften hatten schon 2017 und 2018 den Titel untereinander ausgespielt. In beiden Jahren setzte sich Schwerin durch, während Schwerin nach seinem 13. Meistertitel seit der Wiedervereinigung greift, kämpft Stuttgart um seinen ersten Meistertitel überhaupt, nach vier verlorenen Finalserien in Folge soll es im fünften Anlauf endlich klappen. Erneutes Spektakel garantiert, während alle vier Sätze im ersten Spiel in Stuttgart ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen waren, machte es Schwerin zu Hause etwas deutlicher, auch wenn speziell der vierte Satz nichts für schwache Nerven war. Krachende Offensivaktionen, spektakuläre Rettungstaten und Aufregung bis zum Schluss dürften auch in Spiel 3 geboten sein. Servicet die Finalserie im Sport 1 Datencenter Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesligas 04, Wagner wird neuer Trainer Fußball, Bundesliga das sagt Eberl zu Bayern Gerüchten Sec 24, Doppelpass nächste Saison greift Kovac an, in Fußball-Nords-County im Teil der Tränenus-Sport, Banowitski esse alles in Sichtweite, die Finalserie im Überblick. Spiel 1 Best of 5, Allianz MTV Stuttgart, SSC Palmberg Schwerin 3 zu 1, 25 zu 21, 21 Uhr 25, 25 zu 23, 25 zu 23, Finalserie 1 zu 0 Spiel 2 Best of 5, SSC Palmberg Schwerin, Allianz MTV Stuttgart 3 zu 1, 25 zu 17, 18 Uhr 25, 25 zu 14, 26 zu 24, Finalserie 1 zu 1 Spiel 3 Best of 5, Allianz MTV Stuttgart, SSC Palmberg Schwerin, Sonntag 5 Mai, Let's Block It's Why Spiel 2 Best of 5, Allianz MTV Stuttgart, SSC Palmberg Schwerin, Sonntag 5 Mai, Let's Block It's Why